Mein Beat-App soll brennen, anstatt vor mir immer wegzurennen. Ich wollte das Ziel anvisieren und bin seitdem nur noch am Trainieren. Es liegt voll im Trend, noch mehr als der Advent. Das ist das Event, mein Bizeps brennt. Ich als Workout-Talent mach das Experiment permanent. Mein Bizeps brennt. Ich hatte es schon fast aufgegeben. Ich war am Überlegen abzuwerfen, was ich mit mir schlepp. Alles weg, das Gepäck, das Sixpack. Ich bin nur am Pumpen. Meine Mama dachte schon, ich wär mit Armin im Puff verschwunden. Es liegt voll im Trend, noch mehr als der Advent. Das ist das Event, mein Bizeps brennt. Ich als Workout-Talent mach das Experiment permanent. Mein Bizeps brennt. Mein Bizeps brennt. Mein Bizeps brennt. Workout-Talent. Mein Bizeps brennt. Voll im Trend. Mein Bizeps brennt. Permanent. Mein Bizeps brennt. So Leute, das war's mit Mein Bizeps brennt. So ein kleines Abonnenten-Special. Danke für über 150 Instagram-Follower und über 25 YouTube-Follower. Hoffen wir, dass es noch ein bisschen mehr werden auf den Bizeps. Das war mit Abstand das wirklich schwerste Video, was ich jemals gedreht habe. Auch verbunden mit dem Aufnehmen und alles so. Vielen Dank für die ganzen Support. Und ich sag tschüss und genau. Ihr solltet noch auf die Extras klicken und auf die Lyriks, die auch gleich noch erscheinen werden. Teilen kräftig Daumen hoch, damit es auch schön viele Klicks bekommt. Und ich sag tschüssi mit dem Bizeps. Ja, ich mach's mit dem Bizeps. Hü月. Hü月. Bis zum nächsten Mal.